hi leute des sanu hier ich zeige euch kurz und bündig wie ihr endlich discord mit der playstation verbindet und ihr sprachchats auf dem discord und joinen könnt und das ganz ganz einfach punkt 1 ist erstmal ganz wichtig ihr müsst euch im moment noch die app runterladen was ich euch empfehlen würde weil wenn ihr im discord server joint und ihr irgendwas ihr durch die normalen chats scrollt und da irgendwas schreibt an welche diskussionen führt das mit dem controller zu machen ist eine katastrophe außer ihr habt ein zusatzgerät deswegen den kram kann man super übers handy machen und der punkt die xbox hat es schon ist schon einen schritt weiter und lässt einen direkt über die konsole joinen hoffen dass das auch noch kommt aber für den moment ist das das ist der weg den wir beschreiben müssen um in die discord chats reinzukommen in die voice chats so punkt 1 wie gesagt die app runterladen erstellt euch ein konto falls ihr eins schon habt alles gut machte das danach geht ihr auf eure play sie geht in die einstellungen geht dann im benutzer und konnten wir dann auf verknüpfte services jetzt bin ich hier moment geht hier auf verknüpfte services dann seht ihr hier schon discord da drückt ihr drauf und dann tut ihr euch damit verbinden dann müsst ihr poppen qr code auf hier direkt direkt über mir da könnt ihr mit dem handy den abscannen und habt dann so rucki zucki den kram verbunden so was ihr jetzt weitermachen müsst ist ihr nehmt euer handy klickt auf irgendeinen sprachjet so geht in den sprachjet rein und es bleibt dann hoch und dann steht hier auf playstation übertragen den knopf drückt ihr ihr seht dann dass eure playstation ausgewählt ist klickte drauf sprach aufruf sprach sprach anrufen meine fresse auf playstation beitreten so sagt dann dauert ein zwei sekunden und du bist im discord sprachjet beigetreten so ihr kommt den chat noch anzeigen lassen hier befinden wir uns drin alles mega nice so zu guter letzt noch eine kleine werbung in eigener sache wenn ihr bock habt abgesehen von von division und dem anstehenden diablo das mir primär gespielt wird egal auf was für ein game ihr bock habt wenn ihr bock auf eine geile community dann joint im discord der link ist überall in der beschreibung zu finden und ja endlich kann man mal schön miteinander schwätzen und das war es leute mehr ist damit so wie sie ihr das ganze bitte dann fürs zuschauen viel spaß mit egalen discord integration auf ps5 halleluja und bis zum nächsten video macht's gut bei bis zum nächsten video